Seit 2023 sind in Deutschland alle Atomkraftwerke abgeschaltet und werden zurückgebaut. Doch den über Jahrzehnte angefallenen hochradioaktiven Abfall nehmen wir mit in die Zukunft. Seit 2017 läuft die Suche nach einem Endlagerstandort für diese Abfälle. Gesucht wird in tiefen geologischen Schichten. Durchgeführt wird die Suche von der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE. Für die Aufsicht und die Beteiligung der Öffentlichkeit ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, zuständig. In drei Phasen werden die Untersuchungsgebiete immer weiter eingegrenzt. Die BGE ermittelt in der Phase 1 Teilgebiete, die für einen Endlagerstandort möglicherweise geeignet sind. Nach weiteren Untersuchungen schlägt sie dann für Phase 2 sogenannte Standortregionen vor, die sie übertägig erkunden will. Bevor sie damit beginnen kann, muss ihr Vorschlag jedoch vom BASE geprüft und Behörden sowie Öffentlichkeit müssen beteiligt werden. Das BASE veröffentlicht den Vorschlag, damit er für alle zugänglich ist. Die BewohnerInnen in den vorgeschlagenen Standortregionen können in speziellen Beteiligungsformaten, insbesondere den Regionalkonferenzen, am Suchprozess mitwirken. Sehen sie Mängel am Vorschlag der BGE, können sie eine Überprüfung verlangen. Darüber hinaus hat jede Person, auch wenn sie nicht in der betroffenen Region wohnt, die Möglichkeit zum Vorschlag der BGE, Stellung zu nehmen. Durch die Stellungnahmen sollen Bedenken und Einwände in das Suchverfahren eingebracht werden. Sie müssen im weiteren Verfahrensablauf berücksichtigt werden. Stellung nehmen kann man zur Begründung der BGE, warum sie eine Region als möglichen Endlagerstandort für geeignet hält und wie sie diese erkunden will. Darüber hinaus muss in einer strategischen Umweltprüfung ermittelt werden, welche Auswirkungen das auf die Umwelt haben könnte. Also was bedeutet das für Schutzgüter wie menschliche Gesundheit, biologische Vielfalt, Klima, Landschaft und kulturelles Erbe? Das muss in einem Umweltbericht dargestellt werden. Auch dazu kann man Stellung nehmen. Stellung nehmen können zum Beispiel auch die Träger öffentlicher Belange. Dazu gehören die Behörden und Verbände, die für Umweltschutz, Gesundheit, Infrastruktur und Landschaftsschutz zuständig sind und deren Aufgabenbereiche durch den Vorschlag der BGE berührt werden. Auch die Regionalkonferenzen können Stellung nehmen. Das BASE und die BGE werten die Stellungnahmen aus. Sie sind Grundlage für Erörterungstermine, die das BASE in den jeweiligen Standortregionen durchführt. Bei den Erörterungsterminen erklärt die BGE nachvollziehbar, wie sie die Standortregionen ermittelt hat. Darüber hinaus wird erläutert, welche Umweltauswirkungen aus den Planfestlegungen resultieren können. Auch die eingegangenen Stellungnahmen werden dargestellt und besprochen. Nach den Erörterungsterminen übermittelt das BASE den Vorschlag der BGE an das Bundesumweltministerium. Hinzu kommt eine eigene Empfehlung des BASE. Dabei muss das BASE die ausgewerteten Stellungnahmen und die Ergebnisse der Erörterungstermine berücksichtigen. Stellungnahmeverfahren und Erörterungstermine finden am Ende jeder Phase im Standortauswahlverfahren statt. Welche Region erst übertägig in Phase 2 und dann untertägig in Phase 3 weiter untersucht werden, entscheidet immer der Bundestag. Er legt am Ende des Suchprozesses auch den Standort fest, an dem das Endlager errichtet werden soll. 2. 3. 5. 6. 7. 7. 9. 10. 11. 11. Vielen Dank.